Leute, willkommen zurück. Ich erzähle euch als erstes die Geschichte von meinem Erlebnis gestern. Ich musste dann sogar ein kleines Video machen, das heißt Dystopia Talk. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich sowas nennen soll. Ich dachte halt, ich labere ein bisschen was. Leute, mein PC hat sich ausgeschaltet und ich dachte, oh mein Gott, das Problem hatte ich ja schon ein bisschen. Ich habe alles abgebaut und bin dann draufgegangen, habe auch die Foren gewählt und du musst ja kein Internetforum, der irgendein Problem hinschreiben, weil es immer heißt, nein, welche Hardware hast du? Was genau? Welche Hardware hast du? Wie ist dein, was weiß ich was? Oh mein Gott, Leute, echt, spielt euch doch nicht so auf. Ich gebe keine Antwort, bevor ich nicht ganz genau das weiß. Es gibt vielleicht auch Sachen, die man einfach mal dann sagen kann. Da kommen eben Grundlagenantworten, wie zum Beispiel, sind alle Kabel richtig verbunden. Ja, zum Beispiel würde ich jetzt sagen, dann tut man sich nicht gleich als komplettes Arschloch outen, wie die allermeisten Forenutzer das so gerne machen. Besserwisser, Klugscheißer und richtig, wow, das ist einfach, wow, ich hasse das. Jedenfalls, nein, ich habe das selber gemacht und bei mir war es so gewesen, ja, der Lüfter hatte sich etwas gelöst von der CPU und dann, ja, hatte ich eben einfach überhitzt und dann ging gar nichts mehr und dann habe ich einfach den Lüfter abgebaut, wieder angebaut und siehe da, it went, it went. Also ich sage oft, benutze ich häufig irgendwelche Zitate, die kennt ihr alle gar nicht. Muss man nach und nach irgendwie, muss ich euch mal einweiden, die, in die Tiefen meiner Zitate, Freunde. Wir gucken uns mal was anderes an, wir gucken uns mal die Handels, die Jungs ziehen an, wie die aber sehen, was die für Schiffe haben. Die Handelsföderation, die Handelsföderation, aha, oh geil, ich warte mal. Providence-Klasse ist halt auch geil, warum das so hoch sein muss, weiß auch keiner. Aber von der aus, hast du halt den Mega-Blick, Leute. Oh mein Gott, sollen wir mal ein Spiel spielen wie, keine Ahnung, X4? Oh, okay, wir haben hier die First Sector Fleet, wir haben die Second Sector Fleet, wir haben die Old Fleet. Ich möchte ja ganz gern hier jetzt mal, hier mal ein bisschen auf den Putz hauen da oben, ja, bei der Black Sun Organization. Nun, die machen mir ein bisschen Sorgen, hier mit ihren 25.000, da können wir noch nichts dagegen machen momentan. Wir haben 17.000, aufgerundet haben 18.000, das ist zu wenig, wir sind noch nicht stark genug, um da was zu machen. Okay, wir haben die Klinik, die kennen wir alle aus Vanilla, aus Vanilla, aus Vanilla, Stellaris. Ich überlege gerade, die Farmer sind besser, die gelten automatisch für alle Planeten, deswegen nehmen wir diese Farm-Geschichte. Und wir sollten uns ein bisschen mal schauen, dass wir, da haben wir jetzt zum Beispiel keinen verfügbaren Job. So, wann ist das nächste Wachstum? Dauert noch. Und wer wächst, ein ganz hübscher Viquai? Das ist ja ein hübscher, ah, der lächelt auch so freundlich. Wundervoll. Na, das ist klar. Das Viquish-Wachstum zu fördern, stellt sicher, dass immer genügend Bewohner dieser Spezies für das Wachstum auf Metellus ausgewählt werden. Dies zu tun, kostet uns aber 50% unseres momentanen Wachstumsfortschritts. Eine priorisierte Spezies zu haben, hat folgende Auswirkungen auf dem Planeten. Wachstumsgeschwindigkeit minus 10%, gut. Gut, wir möchten ja eigentlich gern die Menschen, möchten wir priorisieren. Und jetzt wächst der Mensch, ich sehe diesen Button gerade zum ersten Mal, Leute, ich schwöre es euch. Ja, ich schwöre euch, dass ich den Button zum ersten Mal sehe. Aber ey, wir lassen jetzt den Duro wachsen, okay? Jetzt wäre es halt geil, wenn wir immer eine Info kriegen würden, wann da einer wächst, weil dann würden wir es tatsächlich forcieren, dass auch hier kein garstiger Bolussar wächst oder Gungans, sondern tatsächlich, dass ein wundervoller Mensch heranwächst. Das möchten wir ja auch, Mensch, 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 sehr gut. Aber was ist das hier? Torgruta, Leute, Torgruta, wenn ich das schon höre, Torgruta. Nein, Mensch, komm, wir machen mal. Wir gehen mal, oh, Twi'lek, sehr geil. Twi'lek, 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 Twi'lek sind gut und die haben auch mehr Bewohnbarkeit. Da würde ich jetzt sagen, lassen wir dann Twi'lek, das macht schon viel aus. Und hier, da wächst ein Wookie, echt jetzt. Da kann aber, ein Wookie wächst da. Was haben wir denn für, dass wir noch ein Mensch mal wachsen? Doch kein glastiger Wookie wachsen, will doch nie mehr lassen. Okay, da wächst ein Gungan auf, ein Abu, macht Sinn. Den würden wir jetzt mal lassen. Hier wächst auch ein Wookie. Da machen wir auch ein Mensch draus. Seht ihr, und so kommen wir nach und nach hier diese ganzen Sachen raus, die wir dann eben auch entsprechend nutzen müssen, Leute. Jetzt, wir möchten ganz gerne mal ein bisschen was bascheln, mal ein bisschen was bauen. Wir haben hier oben Legierungen, wir haben aber nicht genug. Wir haben Starship Structures erforscht. By adding a thin layer of polarized Baradium along the outer shells of Starships. We can enhance their heat dispersal capabilities and reduce the damage caused by laser weaponry. Das geht jetzt sehr geil, also da können wir quasi eine Art Rumpf oder Panzerung bauen. Finde ich ganz geil eigentlich. Machen wir mal einen Test. Jetzt machen wir mal gerade hier einen Escort Cruiser. Nur zum Spaß jetzt. Ihnen hier, machen wir da eine Sektion mit... Basic Structure und Internal Structure. Das ist halt günstiger, aber dafür ist halt ein Slot mehr und da haben wir auch eine External Structure. Aber das macht ja Sinn. Da hast du ja 2, 2, da hast du 3, 1. Das ist okay, machen wir mal die External Structure. Keine Ahnung. Leistungskern, Schutzshot, Waffengenerator, Fusionsgenerator. Okay. Schildgenerator. Ist das die berühmte Durastahlpanzerung hier? Oh, die Musik, hörte? Leute, geil. Und ich sag euch, ich pfeife auf irgendwelches Copyright. Es ist denen gegönnt, die die Musik geschrieben haben. Meistens schon Williams, nicht immer. Oder Disney wahrscheinlich kriegen. Mein Gott. Das ist absolut in Ordnung. Okay, Kurt, können wir überhaupt nicht bauen? Was soll das denn? Keine. Aha. Hier können wir auch ein Heavy Cruiser. Woran liegt es? Ja, dass die halt einfach brutal teuer sind. Die sind Sack teuer. Da brauchen wir mal richtig Legierungen. Da brauchen wir. Das ist ja ein Witz, was wir hier an Legierungen haben. Da würde ich sogar sagen, dass wir... Dass wir Akkosid verkaufen sogar. Hier Akkosid. Wie viel kriegen wir? Wir kriegen acht. Acht Akkosid ist halt schon geil, gell? Wir verkaufen Akkosid. Komm, wir verkaufen mal fünf Akkosid. Und ein Monat ist gleich rum. Gleich springst es rum. Und? Ah, ah, eins, null. Hätte jetzt auch ein bisschen mehr sein können, um ehrlich zu sein. Oh. Ja Gott, zack. Kaufen wir mal nur 70. Da verkaufen wir ein bisschen mehr und Legierungen. Komm, wir kaufen noch Legierungen dazu. Tibana Gas. Wir verkaufen Tibana. Ich wollte schon immer in den Tibana Gas Handel einsteigen, Leute. Folgt ihr das noch nie? Ja, weil die Tibana Gas Miene, das ist halt geil. Wir machen hier einen auf Lando Calrissian. Sehr geil. Gut, da weiß ich nicht, was für Mengen wir dann brauchen werden. Keine Ahnung. Von daher, gucken wir mal. Okay. We need more people to keep the order on every level, in every region, on every planet, in every system, because the Galactic Empire is order and without order we fail. Ist das geil. Leute, die Modder haben sich da richtig Mühe gegeben. Man, die haben das geil gemacht. Die haben das geil gemacht. Was machen wir jetzt? We don't have the time. Ne, man. Hier my police office. Das kostet uns 2.250. Billig ist es nicht. Aber Nichts ist Nichts ist Das ist halt schon geil. Okay, Freunde, können wir jetzt mal dort, wir können dorthin, dann gehen wir dorthin, können wir den Jungs hier im Bright Trudel, können wir da mal ein bisschen Krieg erklären? Geht das prinzipiell? Eroberung oder Enteignung, dass wir die Außenposten wegmachen bei denen? Ja, ich möchte eigentlich schon ganz gerne Außenposten wegmachen, ich hätte aber auch ganz gern den Anspruch und wir haben, eigentlich haben wir vielleicht fast genug, um uns den Anspruch hier zu sichern. Haben wir uns nicht was geholt? Wir haben uns das geholt. Ah, okay, wie Kondor haben wir uns geholt, alles klar. Bright Jewel. Ich muss mal sagen, dass das Imperium Bright Jewel beansprucht, oder? Oh ja, weh. War with criminals in the streets. Okay, also wir haben ja mehr Polizei gemacht und das führt jetzt wirklich immer zu einer Konsequenz. Okay, hiring more police led to a series of arrests in the entire Empire. Seeing how their influence and power is diminishing every day, the crime rolls on Axum decided to rise and fight us in the streets. Members of every criminal organization are now united, under the flag of the pure Empire. Our soldiers are being ambushed, causing plasma bowls to be exchanged in public, making the stability of our planet questionable at the least. We will get them all. Stabilität minus 5, aber wir kriegen 100 Einfluss. Sehr geil, auf Axum. Das sieht eigentlich gerade geil aus, oder? Stabilität minus 5, Krieg mit Kriminellen. Gut, da haben wir aber eine Horizon tatsächlich. Troiden Fertigungsstraße. Wir haben kein Problem mit Kriminalität, komischerweise. Wir haben 23 Kriminalität von Bewohnern, aber die Jobs, die machen schon 50%. 50% weniger Kriminalität, dann ist das nicht ganz ordentlich eigentlich. Ach, Leute. Wir gehen mal geschwind die Sachen durch und gucken, wo wir vielleicht ein Problem hätten. Hier haben wir eine Troiden Fertigungsstraße. Sehr gut. Und da können wir halt hier richtig, richtig Geld scheffeln. Das muss ein Planet werden. In der Generatordistrikte. Baut. Das möchten wir hier. Gießerei Starfighter Assemble. Leute, gibt es da eine Anleitung zu dem Mod? Ich muss mal die Anleitung reinziehen. Ich sag so, hier muss man mal die Anleitung reinziehen. Holotheater Residences Clinic. Hyperfuel. Entschuldigung, Raffinerie. Machen wir mal nur Generatordistrikt. Okay. Tales from the Cantina Event System. Credits for Information. Ja, machen wir. Oh, kriegen wir da wieder eine... ... ... ... ... Long-Range Sensors have detected a pair of anomalous systems filled with a variety of strange planetoids. While the density of the system's gravity shadows precludes us from ever reaching the systems, several of our more superstitious officers claimed to feel powerful emotional energies radiating from the two systems. Powerful emotional energies radiating. Okay, okay, also das sind wohl ein bisschen machtbegabte Offiziere, die wir da haben. Great suffering, but also great joy. Oh. Die leiden viel, aber die freuen sich auch ein bisschen, okay. Dirty Chewbacca, what? Dirty Chewbacca, Quinn, Jan, the Commissioner, was ist das? Merlin the Mighty? Anni-Man's Battle-Front-Line? Was ist das hier? Madventurer? Drone-Bane, Potato, The Pretender, das sieht doch sehr aus nach einem. Red Nebula, aber da gibt es halt Credits. Und hier Contributors. Contributors? LucasArts! Credits. Was? Contrib... Okay, wir haben wohl den Easter Egg schon entdeckt, dann. Scheinbar. Petroglyph, jawoll, mögen sie für immer leben und vielleicht mal endlich, ja, uns einen Empire at War 2 geben, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mit Petroglyph. Schade eigentlich. Die haben mit Empire at War so ein geiles Spiel gemacht, mein Gott. Warum schaffen die das nicht, hä? Warum ist das so schwierig, das zu machen? Okay, Patty, Fernando Matisman, Captain Assloo, naja, okay. Gut. Ne, was wir bräuchten, das ist ein paar Schiffe. Und wenn wir diese Schiffe haben, sollten wir mal die eine oder andere Raumschlacht gewinnen. Das wäre halt einfach mega. Wir drücken mal auf Play. Genau, seht ihr? Und wir gehen schon hier ein bisschen dahin. Können wir nicht mehr hatten. Wir haben eine Wirtschaft mit denen machen. Hier diesen... Moment. In Slewis. Ja, ja, Slewis waren. Wer kennt nicht Slewis? Die imperialen Loyalisten. Wir möchten gern kein Forschungsabkommen. Handelsabkommen? Nein, wir möchten Wirtschaftsabkommen machen. Oder gibt es hier keine Wirtschaftsabkommen? Die Leute. Das macht mich hier alles fertig. Mittels 2. Ne, wir machen die Mineralien. Leute. Können wir mit keinem das machen, oder was? Kontakt. Wer mag uns denn noch? Also, die lieben uns ja alle. Hier. Die sind unterlegen. Eriadu. Forschungshandelsabkommen? Nein, wir wollen keinen Handel. Also, mit einem Handelsabkommen, ja, kann man sagen, wir möchten zum Beispiel Ressourcen. Wir bieten euch das. Ihr gebt uns das. Kennt man aus Civilization ein bisschen. Ein Wirtschaftspakt ist quasi, dass einfach beiderseitig die Wirtschaft gestärkt wird, eben. Ohne, dass man einen spezifischen Artikel miteinander teilt. Oder handelt. So. Wir haben im Slewis-System erst Kontakt mit den Nuo. Nuo aber. Alpha Pipsch. Mein lieberer Mann. Okay, Verschlechterung. Spionagenetz. Ja, da sollten wir... Komm, Spionagenetz kann vielleicht mal warten. Wie sieht es prinzipiell beim Spionagenetz aus? Ihr seid so weit oben sind wir da. So weit oben. Spionage, wie sieht es aus? Ja, pf. Pöpelig. Es sieht pöpelig aus. Okay. Gut. Diese Eier, die ihr da gesehen habt. Leute, diese Eier. Ich will sie euch nochmal zeigen. Moment. Das sind Augen. Hier, Spionage. Diese hier. Das heißt, das Auge ist geschlossen. Es soll ein geschlossenes Auge sein. Kein Ei. Und das heißt, wir wissen nichts von denen momentan. Dann gibt es halb geöffnet und geöffnet. Und dann haben wir halt Infos über die oder wir haben keine Infos über die. Im Normalfall haben wir wenig Infos über die und ja. Gut. Haben wir dann auch nie so genutzt, weil es einfach... Not so interesting war. Ich würde halt gerne wissen, was sie für eine Flotte zu bieten haben. Erst Kontakt in Katar. Gut. Wir machen schon erst Kontakt. Da können wir jetzt gar nicht viel machen. Leute, ich finde das voll schwierig irgendwie. Wir müssen doch ein bisschen hier. Ey, wir machen hier so lange rum, um dann ein Schiff zu bauen. Kann das sein? Das gibt es auch gar nicht. Doch. Bei Roller. Ne, Freunde. Wir gucken mal. Wir bauen dann vielleicht hier nach Wackelmui. Da kriegen wir mal unsere Station ab. Wir haben noch ein paar Sternenbasen. Wir müssen die mehr nutzen. Wir müssen unsere Sternenbasen mehr nutzen. Und wir müssen unsere Sternenbasen auch mehr abkriegen. Was wir hier sagen, es kostet uns halt immer einen ganzen Haufen Legierungen. Machen wir trotzdem. Oha, Leute. Wir können. Wir können. Das archäologische Signal anschauen. Into the depths. In die Tiefe. Our team hovered above the ocean and has taken a submarine. Into the depths. The signals source is hard to track because of the water. Ein kleineres Artefakt gefunden. Okay, geht weiter. Okay, war jetzt nicht so großartig, aber immerhin. Na gut. Die Zaprak sind dem Galaktischen Konzil beigetreten. Sehr gut. Sehr gut. Ich sehe halt irgendwie, dass wir jetzt hier die Mega-Chancen hier haben. Gehen wir auf Situationsprotokoll. Da sind wir am Ausgraben. Da haben wir diese beiden Feinde. Und wir sind immer noch auf Platz 1. Na immerhin wenigstens. War es leid. Dann bauen wir halt hier mal. Okay, jetzt haben wir eins verbessert und zwei gebaut. Das ist die Frage, ob wir vielleicht sagen, dass wir hier unten mal noch was bauen. Das ist ja Gott sei Dank. Gott sei Dank brav und kommen nicht in unser imperiales Gebiet. Das bin ich froh, dass die nicht hierher kommen. Ich würde ja eigentlich fast sagen, dass wir hier in der Richtung da vielleicht tatsächliche Trellen sagen. Kommen wir graden ab. Wir verbessern. Okay, haben wir jetzt mal hier einen Trellen verbessert. Die nächste Tradition, die gehen ja hier. Das ist ja verrückt, wie schnell das geht. Okay. Jetzt ein neuer Buildingslot brauchen wir noch nicht momentan. Aber der Handelsschutz um 5 erhöht. Ja. Sag ich mal. Ja, wie sieht es denn aus mit der Piraterie bei uns allgemein? Voll gut sieht es aus mit der Piraterie. Imperial Forces haben eine neue Planet verzeichnet. Loll, na. Alles klar. Loll, la, 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 la. Ne, alter, la. Sehr geil. Wir bauen gleich mal die Druiden Fertigungsstraße hin. Und dann bauen wir noch eine Butze. Das ist ja schön. Schön leben könnt. Okay, Farmer 10% erhöht. Sehr gut. Okay, dann machen wir jetzt doch vielleicht mal tatsächlich. Wir machen die Hydrokultur, dass wir ein bisschen was zum Essen auch bauen können. Jetzt hier haben wir schon alles. Okay. Laser Weapons Factory. Okay, da können wir jetzt ganz neue Sachen bauen. Ganz neue Fabriken. Das werden wir auch machen. Und was wir halt auch hier brauchen. Heritage Scent. Das ist ja alles schön und gut. Aber wir müssen mal ein bisschen, ein bisschen forschen. Leute. Moment, wir schauen uns das hier gleich an. Wir bauen einfach mal ein bisschen Forschungslabore. In der Hoffnung, dass sie auch irgendwann mal besetzt werden. So. Okay. Mysteriöse Raumfahrer. Obwohl wir nicht viel über das mysteriöse Schiff im Sluis-System herausfinden konnten, ist sie derzeit glaubwürdigste Hypothese, basierend auf seinem Verhalten und den Mustern, dennoch nicht entzifferbaren Signale, die wir abgefangen haben, die, dass es zu einer bisher unbekannten Raumfahrenden Zivilisation gehört. Wir verdoppeln unsere Bemühungen. Das hoffe ich. Um ihretwillen. Der Imperator kommt hierher. Ja. Und er ist ganz und gar nicht zufrieden mit dem Tempo, mit dem sie hier vorankommen. Die fremde Sprache zu übersetzen, damit eine Kommunikation aufgebaut werden kann. Was ist das hier? Feindliche Haltung interpretiert. Genau. Wir können jetzt denen positiv oder negativ entgegentreten. Wir werden versuchen, ihr Schiff kampfunfähig zu machen und zu entern. Sie werden empört sein. Nein, wir machen mal weitermachen. Ich möchte jetzt nicht uns so weit aufteilen, dass wir hier Probleme kriegen. Wir konzentrieren uns jetzt auf einen Punkt und das sind oder ist die Blacks. Auf die konzentrieren wir uns. Wir können jetzt auch hier reingehen, können hier unten sagen, System wir anspruchen. Machen wir nicht, könnten wir aber. Wir möchten nämlich hier gucken, da haben wir nämlich schon. Da haben wir schon einen Anspruch. Dass wir dann sagen, wir möchten Ten Tempest für anspruchen. Sehr cool. Aber hier werden wir wohl, sie haben keine Info über das Ding hier. Wir werden aber eine Armee benötigen. Und ich sage euch mal, in der letzten Staffel haben wir ja so wundervoll. Haben wir so wundervoll die Klonarmee gemacht. Vielleicht sollten wir. Hä? Vielleicht sollten wir eine Klonarmee ausheben, wenn wir das können. ATS-T-Kampfläufer. Na gut, da haben wir. Wir haben da eigentlich genug. Und warum die doppelt sind, das weiß auch kein Luke. Sollen wir hoffen mal, dass das vielleicht passt, wenn wir die hier haben. Und go. Also ich habe noch kein Millennium Falten gesehen. Ich habe noch kein Luke Skywalker und solche Sachen gesehen. Mal gucken, ob es das gibt oder nicht und was. Hochinteressant. Befehlslimit. Oh, beleidigender, synexischer Gesandter. Es scheint, dass eine dritte Partei in der Lage war, sich in die Übersetzungssoftware des synexischen Gesandten Servius Delius zu hacken, der gerade in Coruscant war. Sodass er statt freundlicher Plattitüden bösartige Beleidigungen auszusprechen begann. Die niemanden verschonten. Die Fehlfunktion in seiner Ausrüstung wurde zwar schnell aufgedeckt, doch bedauerlicherweise nicht, bevor Emperor Palpatine als abscheulicher Scum betätet wurde. Was? Eine schwere Beleidigung, die sicherlich eine Antwort erfordert. Wie unhöflich. Das gibt es doch nicht. Nein, das war lustig. Okay. Xenokomödie. Dienstleistungen plus 25 Prozent. Xenophil plus 25 Prozent. Und deren ihre Meinung erhöht sich uns gegenüber. Ich sage euch mal eins, Leute. Die Senex. Wo sind sie denn? MnOpQRS Senex. Da haben wir eigentlich genug. Mach mal wie unhöflich. Freunde, wie unhöflich ist das. Wir sind das Imperium. Wir verstehen keinen Spaß und Xenophil. Das sind wir schon dreimal nicht. Nur mal, dass das klar ist. Xenophil, Alter. Wenn ich das schon höre, Xenophil. Also ich muss gleich in die Ecke mich übergeben. Ah, Xenophil. Was Lächerliches hat er nie gehört. Wir sind Xenophil. R2. Wir sind Xenophil. Ich finde es halt auch schwach, dass wir jetzt hier nichts bauen können. Das ist schon ein bisschen anödend. Aber gut. Gucken wir mal. Hier, da machen wir ein bisschen. Ein paar Piepen hier. Das ist eigentlich nicht so super. Die Alloy Foundry. Das machen wir mal. Und das wird dann auch vielleicht sagen, wir machen eine Geschützbatterie. Handelsschutz brauchen wir nicht. Das wäre zur reinen Verteidigung und sonst zu gar nichts. Wir machen noch ein Asteroiden, meiner. Hinterher. Allianz XP wird verloren. Und wir haben... Ja, sind schon in der Föderation. Repräsentieren uns. Leute. Brutal. Brutal. Cult for Faith fehlen 123. Und da ist Unbekannt. Ich würde sagen, wir machen Gnade jetzt den Krieg. Und gucken einfach mal, was passiert, Leute. Wir machen hier... Wir haben echt nur Spaß. Also, das ist jetzt keine Stoffel, wo es um Leben und Tod geht. Ja, wir machen hier zu unserem Vergnügen. Machen wir das Ding. Wir können uns... Krieg erklären. Einstimmig. Ah. Die Irri... Was? Nein. Natürlich mit Ja-Stimmen. Leute. Müssen wir unsere beknackten Allianz. Das kann ja nicht wahr sein. Wir sind der Chef. Hier gibt es niemanden außer uns. Wir machen das. Erzählt mir nicht, wer mich den Krieg erklären darf und wem nicht. Fliegt mal schnell wieder hier raus, Leute. Fliegt mal hurtig raus. Aber ganz hurtig. Weil wenn wir nämlich Krieg erklären und wir finden uns in deren Gebiet, dann sind wir am... Jetzt können wir reinfliegen. Weil wir machen die Puffen und unsere Flotten sind alle verschwunden. Und dann haben wir ein Problem. Kriegserklärung. Gegen die Black Sun. Moment, es ist finished hier unten. Wakemui ist fertig. Dann machen wir doch auch vielleicht eine Aluminium. Und... Machen wir hier so ein Solar-Ding dahin. Hier, Ressourcensvilos brauchen wir halt nicht. Ort Mantell. Ja, Freund. Das ist halt auch einfach geile Musik. Was soll ich sagen? So, wir gucken mal. Können wir sich jetzt angucken? Das sind wahrscheinlich... Das sieht aus wie High Fighter. Es ist halt schon mega klein. Wir können sie nicht besser sehen als so. Leider. Ich hätte sie ja gern besser gesehen. Und wir kommen aber auch nicht zu knapp hier, gell? Nur mal so zu zeigen. Boah. Da fliegen sie sich in den Kreisen. Transportflotte 1. Ja gut, das sind nur Transportschiffe. Eine ganze Menge dafür aber. Und die kriegen jetzt auf den Popo und hier Thai-Bomber und Thai-Fighter. Thai-Bomber machen halt mega Schaden. Die haben noch gar keinen Schaden an uns gemacht. Seht ihr? Und wir haben schon richtig die Schilde von denen wieder gemacht. Panzerung. Und wir gehen sogar teilweise auf den Rumpf. Mega. Ja. Okay. Die hydroponische Farm haben wir. Neue Weltprojekt. Fass ich das. Erstkontakt. Da können wir jetzt nur noch gar nichts machen. Gut, wir haben sie. Jawohl. Wir haben es. Was hat Ortmantel für Armeen? Ah, das war es schon. Nur die beiden hier. Ja, cool. Ortmantel. Also wir kommen heute nach Ortmantel. Was soll ich sagen? Stärke 78. Da haben wir die Lightwalkers und Stormtroopers. Dann Führer zuteilen. Da könnten wir uns ein General uns holen. Ja, J. Aber J. war kein, da war kein schwarzer. Nicht aber egal. Und die waren alles sehr, sehr bunt. Aber das passt schon. Das ist kein Problem. Und sagen, dass der originale J. Nicht so war. Gut. Haben wir überhaupt irgendeinen Schaden genommen? Ja, wir haben eine Corvette und eine Fregatte verloren. Ei, ei, ei. Und die haben nicht viel verloren. Schade eigentlich. Okay, gut. Wir könnten sogar jetzt sagen, dass wir mal ein bisschen, ein bisschen was nachbauen. Stärke 109. Und was haben die hier auf Ortmantel? Armeen. Ah, 74. Okay, dann würde ich vielleicht noch warten. Ein Beschluss wurde verabschiedet. Die pangalaktische Recycling-Initiative wurde verabschiedet. Sehr gut. Turbo Lasers 2. Oh ja, Turbo Lasers 2. Sehr gut. Hier. Und die Forschungseinrichtungen hier. Das ist gut. Wir müssen ein bisschen schneller forschen. Wir haben jetzt schon Gas gegeben. Ich sehe es schon, wie wir Gas geben. Aber nicht genug. Wir waren ja bei 100 Pazer Patches. Wir sind ja schon bei 300 fast. Sehr gut. Aber ist natürlich... Leute, ich hätte halt auch mal gern Sternzerstörer dann. Was ist das geil? Cantina Intel. Ja, kommt mal. Selbstverständlich. Was ist los? Forgotten Station. The coordinates led us to an extremely odd, old space station. We've secured the stations and initial observations lead our team to believe it's a fleet stagging area of an era long forgotten. The vast hangar, base and support facilities indicate the scale of the fleet that would have been harbored in this station. Whilst outdated in comparison to our own fleet stagging areas, also fleet stagging areas sind Gebiete, wo man die Flotte zusammenführt. So würde ich das übersetzen. We can learn a lot from how this empire organized its fleet support structure. Oh cool. 500 von dem hier Hyperfuel. Geil. Und 500 Laser Cells. Gut. Der macht dann auch ganz ordentlich Schaden, um ehrlich zu sein. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Aber muss ich uns geschlagen geben. Gut, und da haben sie uns hier. Auch nichts, auch nichts entgegenzusetzen. Okay. Freunde, jetzt wird es halt ein bisschen blöd. Wir brauchen jetzt mehr Geld. Wir kaufen mal hier gar nichts davon. Und kaufen auch viel weniger Legierungen. Ja, aber wir verkaufen ein bisschen Hyperfuel. Hyperfuel, gell? Passt. Und wir verkaufen Ordnance. Was ist Ordnance? Jedenfalls verkaufen wir Ordnance. Fünf. Mal gucken, ob wir jetzt in positives... Noch ein paar Tage. Cruiser Prototype. We've been contacted by an envoy from Cured Drive Yards. They want more resources to build a Prototype Cruiser that could be vital for our War Machine, but they can't guarantee success. Do it. Ja, ja klar, do it, Leute. Do it. Don't ask, do it. So, stopp. Hier. Unsere Flotte immer noch drei. Warum nur drei? Wann wird das nächste hier gebaut? Coruscant. Ah, noch sechs Tage? Okay, dann würde ich auch schon sagen, dass wir dann anfangen. Gut, mit Stärke 140 können wir los. Wir landen nämlich die Armee auf Ort, Mantell, und bevor es losgeht, machen wir vielleicht auch noch einen General drauf. Flottenkampf. Alles klar, ist aber jetzt auch ein bisschen stärker hier. What is under attack? Imperial Shipyard. What? Okay, Newmanus. Unsere Versuche mehr über die fremde Spezies mit der Bezeichnung, oh Gott. Newmanus in Erfahrung zu bringen, waren bisher vergeblich. Auch wenn wir relativ rasch feststellen konnten, dass sie eindeutig Teil einer technologisch fortgeschrittenen Zivilisation ist, hat es sich als äußerst schwierig erwiesen, weitere Fakten in Erfahrung zu bringen, da sie offenbar erhebliche Anstrengungen unternimmt, uns und andere daran zu hindern, Signale von ihr abzufangen. Also, das wäre jetzt quasi xenophob. Ja, so wie wir. Also aggressiv auch. Es ist uns bisher nur gelungen, kleine Bruchstücke von dem zu erhaschen, was wir als ihre Sprache vermuten. Unsere Linkwisten sind jedoch zuversichtlich, ihre Kommunikation aus den gewonnenen Erkenntnissen entziffern zu können, wenn wir nur größere Stichproben erhalten. Es wurde ein Vorschlag für eine etwas aggressivere Informationsbeschaffung ausgearbeitet. Manche würden es vermutlich als Hacking bezeichnen. Okay, die werden eventuell verärgert sein, aber es ist... Komm, es ist zu riskant. Ah, ihr seid ja richtig hübsch. Oh mein Gott. Ich kenne das Gesicht, da hat er nicht so Stacheln drin auch eigentlich. Wie heißt der Film auch so ein Horrorschinken da? Naja, okay. Wollen wir kämpfen? Jetzt hoffe ich einfach, dass wir hier siegreich hervorgehen. Was sind das für geile Explosionen? Das haben wir sonst auch nicht, oder? Im normalen Solaris, solche Explosionen hier. Ich finde das irgendwie auch die Umarbeitung des Kampfes und so eigentlich schon ganz geil. Und wie gesagt, die Kämpfe hier sind tatsächlich, also wir kommen zurück, dass sie vor wesentlich kürzer, aber länger. Länger. Kürzer. Hier sind die Klenken. Jetzt kommen wir in die Reichweite der großen Jungs hier. Gut. Okay, dann machen wir jetzt Free Buildings auf allen Planeten. Okay, jetzt weiß ich, jetzt haben wir gar nicht mehr drauf geachtet, was wir als nächstes hier machen. Wunderlicher Einfluss plus eins und Zufriedenheit plus zehn Prozent. Die Medienkontrolle halt auch keine, ne? Institutional Focus. Unlocks Features. Institutions. A strong society is built upon the foundations of strong institutions. However, it can be valuable to have the flexibility to augment, also vergrößern, those institutions to meet our more immediate needs. Let us establish new policies to tap into and harness our existing institutions we desire. Okay, eine Vision, scheint auch geil, eine Vision scheint auch nicht schlecht, aber Medienkontrolle wäre ja schon nochmal ein bisschen brutaler eigentlich. Ja, imperiales Vorricht, Verwaltungslimit erhöht. Erlass Kapazität plus 50 Prozent. Und das macht viel aus. Haben wir in der letzten Staffel gelernt, wie geil das war. Verstehen der Galaxie. Maximale Fähigkeitsstufe, Anführung plus zwei, Erfahrungszuwachs. Okay, also das ist interessant, aber jetzt nicht so. Legierungen aus, 15 Prozent mehr Legierungen aus Jobs ist halt schon geil, gell? Finanzsektoren. Ja, also hier gibt es jetzt halt alles in Prozentwert. Steigerung, Hyperraumverfolgung, Meisterung der Natur, Interstellare Herrschaft, Imperialer Erlass. Ne, wir müssen mal hierher gehen, was wir hier machen möchten. Hier geht es um Droiden, dass wir mehr Droiden haben. Die anpassbaren KI. Droiden Anführer. Ja, ich weiß nicht, ob wir das möchten. Weltenform und das Konzept des Klonens. Klonen-Technologie frei. Eine Armee aus einem Mann, aber der richtige Mann. Wachstumsgeschwindigkeit. Und was brauchen wir davor? Ah, okay, wir können das als nächstes machen. Wir brauchen noch einen ERA-Perk. Boah, das ist halt geil. Kraftprojektion, junge, junge, junge. Da kommen ein paar richtig heftige Sachen. Leute, also wir müssen jetzt erstmal irgendwas Kleineres hier noch nehmen. Und dann würde ich doch vielleicht sagen, dass wir tatsächlich eventuell die Medienkontrolle nehmen. Da haben wir mehr Einfluss, was wir brauchen. Und wir haben mehr Zufriedenheit. Und wir möchten ja, wir möchten ja ein bisschen den unseren Willen aufzwingen. Ja, wir haben alles fertig gebaut. Hydro-Kultur produziert 10 Lebensmitteln. Ja, das ist schon gut. Was haben wir hier? Auf Chorus-Zone, da können wir jetzt aber auch die Hydro-Kultur bauen. Also wir waren technologisch gesehen ganz am Anfang, ganz zurückgeblieben. Nochmal hat er auch nicht vergessen, ganz zurückgeblieben, meine Lieben. So richtig zurückgeblieben. Oh mein Gott, die Folge geht schon wieder so lang. Es macht halt echt Spaß, was soll ich sagen? Wollt ihr euch beschwert oder was? Ne, es ist richtig geil. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Ich freue mich wirklich sehr. Leute, lasst ein Like, da lasst ein Abo, da schreibt einen Kommentar und rief die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, macht's gut, meine Lieben und bis zum nächsten Mal. Ciao.